Das ist ja ganz langweilig. Ja, oder aber das ist ganz normales Wasser, es ist nicht langweilig. Äh, ähm, jemand schiebt hier. Wenn was? Sorry. Wenn was? Was ist denn so, man? Haben sie alle kapiert. Alles, alles ist gut. Ich glaube, Sven war es, aber alles ist gut. Hallo, Heiner. Klopf, klopf. Hallo, Heiner, mal Zeit. Echt da? Hat mittlerweile jemand den guten Werner erreicht? Ich habe es gar nicht versucht, weil... Achso, cool. Das ist gut. Oder nicht so gut? Soll ich mal versuchen, den vorzeitigen Werner zu erreichen? Nikolas, willst du eben den Streifen dort fertig machen? Und ich mache den Streifen hier fertig? Was für den Streifen? Ja, den da hinten. Den wir da übrig gelassen haben. Äh... So. Ja, nee, jetzt nicht. Hallo, Heiner. Ah, er hat es verstanden. Was ist von dem Walday? Setzt du, Mongol, wie weit bist du? Hallo, Heiner. Ich bin noch ein Zuschauer. Hallo, Heiner. Hallo, Heiner. Das Ding gebleibst du. Jetzt mal, Luke. Heute kommt ein Infovideo? I don't know. Ich habe mein Handy gehabt hier irgendwo. Da ist er. Oh, streck dich. Jetzt Luke Skywalker. Ritchie, mach hinne. Zwei neue Nachrichten. Warte, ich runter. So, los, du bist rausgetappt. Ja. Ah, okay. Ja, ich habe mir die wichtige Konversation in unserem Leitungskanal angeguckt. Falsche Straßenseite, Richard. Na, uff. Wer von den Hexern ist denn jetzt hier leer? Äh, Icke. Ich verstehe nicht, wie du... Nee, das verstehe nicht. Nee, beim besten Willen nicht. Einfach nur, nee. Nikolas? Einfach nur, nee. Gamesplanet kommen müssen, ich muss diese... Wird sich Werner zeigen? Ich glaube nicht. Also, ja, bestimmt, aber nicht jetzt, weil wir müssen das erst einrichten. Nox, danke für dein Follow. Sehr großzügig. In nächster Zeit. In nächster Zeit, bestimmt. Wenn wir Glück haben. Ja, doch, sonst hätte er das ja nicht eingerichtet mit den Gästen. Dann wäre er sonst unsinnig. Eben. 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 Jo, jetzt so. Wer ihn jetzt schon sehen möchte, der kann auf 2.8. das Video kommen. Ja, aber das ist ja langweilig. Echt mal, da hat er noch was an. Ähm. Aber? Aber nicht. Äh, nee. Kann ich nicht. Ich hätte jemand von euch die Map... Die Alps. Ja. Mike Duba. Vielen Dank für dein Follow. Ähm. Ja. Hier wird schon heutiger vorgeschlagen, ne? Die Alps. Die Alps. Wenn du jetzt im Hofbruch sie wirklich erfährst. Äh, gar nicht mal so viel. Da guck ich mich hinten. Während der Stream habe ich auf jeden Fall 16 fbs. Wenn ich dahin gucke. Petra, ich habe 30, Alter. Dankeschön. Das ganz schön, ganz schön mau. Also, jetzt gerade Just in the War, nach dieser großartigen Kurve hier. Würde ich mir da lang. Würde ich mir ein bisschen Schneidwerker machen. Danko. Danke, danke. Äh. Ich bin gerade echt... Vielleicht solltest du auch gerade ausfallen. Ja, ha, bleib doch mal... Und du sagst, du trinkst nur Wasser, alter Schwede. Ich muss doch Daku kennen. Mach doch mal die andere, Alter. Ja, na... Ja, na... Ja... Ja, na... Wenn ich hier nochmal um Leute zu schauen, ne? Die denken sich nur, was für... Ja, Hönig, Junge. Ja. Was? Gewöhnlich? Oder gewöhnlich? Hä? Was? Was für Hönigs, Junge? Ach, Hönis. Ach so. Äh. Ja, kannst du ja nicht mit Auskenntnissen? Nee, nee. Don't know that word, honey. So. Jetzt muss ich tatsächlich hier wieder mit Lenkrad fahren, ne? Theo, wollen wir nicht zusammen anfangen? Äh, wie weit bist du denn? Ja, das kommt doch einfach hinter dich. Hm. Prinzipiell wäre das schon nicht schlecht. Ja, mach mal. Ohhhhhhh. Oh. Lukas, was tust du da? Auffahren. Ich mag Polen, ne? Sagt er. Na, na? Rohr, dreh dich. Oh, großartiges Rohr. Nanananana, ich bin Batman. Wirst du nicht? Okay, bin ich nicht. Oh, Gott, du siehst. Bitte was? Hm? Was hast du gesagt? Alles gut. Äh, du musst hier, ich glaube, wollen wir erstmal den Lukas voll machen? Ja. Und der hat nämlich schon ein paar Prozente. Rich, bleib da, es geht sich hier nicht los. Ich mach grad noch deinen Kurs. Leo, bleib mal stehen. Was? Ich mach deinen Kurs. Ich hab noch keinen Kurs gemacht, das lohnt sich ja hier nicht, oder? Okay. Äh, ja. Moment. Warte, dann mach ich, dann mach ich einen, warte. Ne, ne, passt schon. Ich hab einen gemacht, kopier den einfach. Ja. Wenn er meinte, ist er ca. um 8 da. Mit dem Einkaufswagen. Äh, ich krieg keinen, warte. Nein, kommt, kommt nix. Dann speichere ich eben auf die 5. Ja. Hat er gemacht? Jo, danke. Hier liegt Marzipan rum, muss man da sein, ja. Lot geht da. Lass knacken. Lass knacken, Kiki. Kennt das einer? Kennt das, kennt einer das, den, den Zitat? Das Zitat? Deutsche Sprache, deutsche Sprache, schwere Sprache. Cool. Ja, ich hab nicht genau, äh, wie ihr euch das vorgestellt habt hier. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich will jetzt einen Fall, wenn du. Mach. Lieber, lieber, lieber Herr Richardson von Ritchie. Ich kann nicht rückwärts fahren mit dem scheiß Ding, Mann. Willst du hier? Pass mir jetzt zu warm. Da steht was hinter mir. Ah, Gottes Willen. Ich kann doch rückwärts fahren damit, ey, das geht. Nikolas, du musst ein bisschen vor, danke. Mann, was braucht ihr immer so lange? Ach, da ist noch ein Baum. Fuck. Ey, Nikola, ich hab mir guckt an. Komm, weitergehen. Ja, Sven, du bist zu nah. Wann noch? Komm, komm ran. Das müssen wir halt so machen. Bist du schon so weit weg? Gott, Gottes Willen. Das ist einfach, ne? Ab und zu hier mit den Leuten. Ritchie, ich hab grad eben alles daneben geschüttet. Okay. Geht, geht mittlerweile was in Ritchie rein? Jetzt, ja. Okay. Dann komm's halt schon. Musch, musst du halt echt einen anderen fahren. In den hinteren Anhänger ist der behindert? Der macht den hinteren... Was? Der Folter ist voll bestimmt. So, dann wechseln wir gleich, Sven. Dann fährst du jetzt zur Seite, bitte. Oh mein Gott. Die brauchen wir keinen vorgewender, oder? Nikolaas? Nö, 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 das freu ich dir. Wird mich so festfahren in den Bäumen, ja. Hast du mir den... Oh, du hast mir sogar... Oh, der ist echt nicht der Nikolaas. Und, drumrum, die Kurve. Ey, was macht der? Oh, ja. Abfahren. Was, 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 Ritchie? Hörst du schieben? Was machst du da? Wird ich besser... Echt mal, Ritchie, äh, Mungo, äh... Ist Gott, ich hab zu lange nicht hier lässt, die älter Schwede, äh. Komm rein, Klafen. Komm rein auf den Meda. Ja. Dankeschön, Kevin. Dankeschön. Ich glaub, du musst immer noch näher ran. Das ist die Hamburg-Map. Map. Großartige Map. Also ich bin bis jetzt positiv von der Map überrascht. Also ich find die gar nicht mal so schlecht beschätzt. Ich spiele auch erst zwei Stunden auf der Map, also von daher... Äh, ja. Hä? Wie, hä? Er ist... Ritchie. Da hängt er, sei an meinem Rad fest. Geht der Scheiße mit dem AKW. So, ohne Anhänger fahren? Kannst du ja auch noch... Vielleicht ein Stück vor. Vielleicht. Ja, Nikolas, du musst ein Stück vorfahren. Nikolas, das andere vor. Es geht. Schau, ich mach dir mal durch. Ach. Ich bin dann mal weg, die Ehe, was ihr dann machen? Oh, ne, Witz. Es ist schon ein bisschen peinlich, euch zuzugucken. Wisst ihr das? Nö. Aber ich muss mir nicht selber suchen. Fremdschirm Deluxe, ja. Nikolas... Größeren Aufbau gibt's nicht für den LKW, ne? Wir müssen nicht hier hoch. Ne. Ähm, das ist der MAN-Wechselbrücken... Großartiger Wechselbrücken-Mod. Großartig. Achtung, Baum, Nikolas. Wenn ich weiß, dass da ein Baum ist. Wollen wir nicht hier hochfahren? Du wusstest eben nicht. Ach so. Wollen wir da nicht hochfahren? 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 Was wird das? Bruder. Nikolas, was willst du jetzt machen? Sprich mit dir, Lohn. Vorgewinde. Okay. Nikolas, äh, Sven, fahr bitte hinter Nikolas, ja? Oh mein Gott. Ich brauche mein Lenkrad gleich wieder. Und da ist es. Durch geht da. Kommunikation ist alles, ne? Sag ich schon mal. Kommunikation ist alles. Ja, Markus, fahr mal ne Runde immer ein. Na, wo ich dich denke. Oder besorgt mir nen großen Aufbau. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, wir haben immer noch keinen vernünftigen Trailer mit für LKWs. Gibt's einfach, gibt's einfach nix Gutes. Ich hab auch mal geschaut wieder, die Tage. Der Fliegel. Ja, der Fliegel ist doch scheiße. Bin ich von 1.13 damals? Fliegel ist doch scheiße. Warum? Der hat viel zu wenig Kapazität. Als ob das ein Hindernis wäre. Das ist nicht mal ein Grund. Ja, ja, ja. Ach ja, das ist doch ein Grund, verdammt. Aber ich glaube, wir haben den Fliegel noch drin. Also prinzipiell, jetzt könntest du dir den kaufen, wenn du Geld hättest, was du aber nicht hast. So, Nikolaus, was willst du jetzt machen? Bist du jetzt hier die Bahn hier nehmen, ja? Ja. Okay, cool. Sven, ich müsste da kurz vorbei. Danke, danke, darf ich? Danke, danke. Großzüglich, danke, 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 danke. Lass knacken, Nikolaus. Bin ich gerade ausgestiegen? Aber schreck. Ich bin falsch abgebogen, verdammt. Stellerantrag auf Navi im LKW. Bitte nur tut das bei ihm. Also ja. Machen wir hier weiter, ne? Und den Fitzel machen wir zum Schluss irgendwann. Ja, ne? Ja. Gut. Und Spolper jetzt das einzige Ekel, den ich dann brauchen kann. Ja, ist nur so für zwei Hexen dann. Aber mit ein bisschen... Ein bisschen, äh, Dings. Geht das? Ne, wir probieren uns gleich mal. Dann macht doch... Ein Meister, ein Meister, ein Meister, macht den Anhänger ab? Nein, das wäre langweilig. Oder was wollt ihr sagen? Ja, macht den Anhänger ab, wollte ich sagen. Ja, ne? Ähm. Ja, cool, wenn sie einen größeren Aufruf geben würde dafür. Jo. Ja, bitte? Mal aufs Nummernschild. Uh, cool, großartig. Oh, absolut. Die Qualität vom Stream kannst du mal nicht runterstellen, ne? Die Qualität vom Stream kannst du nicht runterstellen, ne? Oh. Äh, komm ich hier so? Ist der Lukas da? Ne. Muss ich ein bisschen reinfahren, ne? Ich hab nix gesehen. Los geht da. X, 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 Niklos. X, 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 X. Heiner. Heiner. Ja. Ja, ähm, Richie, ich hab einen Vorschlag. Ähm. Ich weiß aber nicht, ob das funktionieren wird. Haben wir noch irgendeinen Anhänger? Zwei? Ja. Dann, äh, schnapp dir mal den Anhänger und füll da Silage ein. Weil wir haben am Hof Silage jede Menge. Dann machst du den Anhänger voll, fährst ihn zu BGA und machst das Ganze zweimal und dann hast du den Fliegeltrailer drin. Ja? Nee? Oder aber, wir machen das wie wie echte Profis und dann klappt das auch. Okay, gut. Ich hab's ihm vorgeschlagen. Wo gibt's den Deutz, den ihr gerade befüllt? Wenn du Ausrufezeichen Mods in den Channel da rein schreibst, dann kriegst du alle unsere Links, die wir verwenden. Unter anderem ist da auch der Groschartikel-Link dabei. Äh, für den Mod. Für den Deutz, nicht für den Mod. Für den Mod-Deutz. Deutz-Mod. Kann ich nicht? Jetzt kommt die nächste Frage an die Twitch-Spezies. Kann ich den Stream ausmachen und nur den Chat sehen? Nee, na. Oder was passiert denn? Warte mal. Ich kann doch im Stream auf Pause drücken. Ja, und dann läuft der Chat doch weiter, oder nicht? Läuft der Chat weiter, ja? Das wär richtig cool. Ja, ist schon voll? Warte, warte. Achso. Ja, war nicht ganz voll gewesen. Wollen wir wieder versetzt machen? Das ging ja eigentlich ganz gut letztes Mal. Da steht doch. Versetzt geht das doch. Hm. Du, Leo, äh, sag mal, wenn der mit geschrieben hat, dann will ich sehen, ob das noch funktioniert. Okay. Ähm. Alles andere mag mein Internet nicht so. Hat jemand gerade was geschrieben? Du kannst doch unten beim Chat, ist dein Internet, steht Pop-Up, dann... Ja. Genau. Hast du das gelesen? Ja. Ja. Aber jetzt anhalten geht auch. Vielen Dank, vielen Dank. Nein, wie... Ja, jetzt ist es perfekt. Ich ziehe den Chat, und es leckt nicht. Ah. Oh, neidu. Wo ist der Mann jetzt da? Ne, noch nicht. Gegen acht, hat er gesagt. Ja, Silo ist voll. Nice. Aber wir sind ja auch mit den Feldern gleich schon fertig. Nimmst du die Innere, ich nehm die Äußere dann. Mach da, mach da, mach da. Oh Gott. So, wie machen wir das jetzt? Jetzt musst du vorfahren, ne? Okay, ne, ich muss mal... Ich glaube, wer vorfährt. Okay. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Hallo, meine... Wächter? Wächter. Ach, Wächter. Ähm... Sven, was hast du immer zu, ähm... Ach, wie heißt denn der jetzt? Oh, jetzt... Jetzt fällt mir den Namen gleich nicht ein. Liste mal die Leute auf, die vor kurzem abgehauen sind. Oder vor etwas längerem Zeit abgehauen sind. Mit denen wir aber viel gespielt haben. Makira und... Und, 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 und... Philipp. Philipp, genau. Wie hast du Philipp immer genannt? Sven? Sven? Äh... Wanderer? Nein. Kletterer? Auch nicht. Ach so, genau. Pfadfinder. Pfadfinder. Was? Nein. Doch. Okay. Ach, du Scheiße. Jetzt, jetzt wird's peinlich. Ah, Drehschimmeln, Drehschimmeln, Drehschimmeln. Hast du gewollt, damit keiner besser am Ende sitzt. Die Fresse lehnt. Die wär fast gut gegangen, ey. Warum hab ich den Drehschimmel genommen und nicht den Tandem, alter Schläger? Äh, ja, 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 geht gleich los, Entschuldigung. Geht gleich los, Sir, Sir, Entschuldigung, Sir. Ja, geht gleich los. Ähm, die sind auch alles, alles ist in der Modsliste drin. Also die Mods, die wir verwenden, ähm, sind alle, alle da drin. Meine ich. Zu 80%, 90% sind die da drin. Also da ist es wahrscheinlich auf der Tungsdorf verlinkt, das Ganze. Weil das ja die Tungsdorf-Mods sind. Kann ich den Link haben für den Rübenhexer-Riordan-Einsatz? Äh, ja, ist auch da. Was? Warte nochmal. Das ist in der Map verbaut. Damit haben wir, haben wir nichts zu tun. Also das ist keine separate Mods, sondern dieses Rübenwaschen und Kartoffel, ne, umgekehrt, Rübenhexeln und Kartoffelwaschen so rum. Ähm, das ist eine Sache, die in der, äh, in den Maps verbaut ist. Ich weiß gar nicht, ob das Platzierbar gibt. Ja. Gibt es mittlerweile? Keine Ahnung, weiß nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist diese Geschichte meistens in den Maps verbaut. Also da müsst ihr einfach auf neuere Version von euren Lieblingsmaps warten gucken. Ähm, vielleicht ist dann drin, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Mais, Mais, Hexen macht so viel Spaß. Mais, Mais, Hexen ist großartig. Na, 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 na. Wer vergewaltigt da seinen, seinen Dings da? Äh, Dirk. Ja. Hallo. Was ist los? Dirk, hast du gerade verloren? Äh, ja. Hä? The fuck are you playing? Axel 2. Ach, hör auf. Und mit Tastatur? Kannst du auch Tastatur spielen, ist gar kein Problem. Ja. Kann man Controller spielen, man kann es aber auch Tastatur spielen. Also, ich habe es mal damals mit Tastatur gespielt, versucht, und das war gar nicht mal so toll. Sag ich mal, einfach. Einfach mal so? Einfach mal so. Und damit, aber mit. Macht mal sowas von keinen Unterschied, ob du Maustastatur oder Controller spielst. Okay. Dann wirst du auch nicht schneller. Boah, das ist so wahnsinnig schwer, Alter. Das ist nur der Anfang. Im Qualen wird es absolut lächerlich, das Spiel. Deswegen war es nach zwei Wochen wieder da. Ja, ja. Wir haben so viel Scheiß aus dem Spiel gemacht in dem Spiel. Cool. Nikolas. Ähm. Von daher. Oh, ne Witz. Aber ist Multiplayer wieder mit drin? Ja. Okay, das ist cool. Okay. Lebe es wieder für zwei Wochen weg. Nee, du spielst zu teuer. Ohne Witz. Nikolas. Hm. Hast du schon die Bigbosse, irgendwelche von den Bigbossen getötet? Gibt es ja bestimmt wieder irgendwelche. Ja, aber es gibt ja immer so Endbosse von den Levels. Ja. Hab ich. Wenn die Anhänger nicht dreckig werden, ne? Doch, eigentlich schon, ne? Keine Ahnung. Container? Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie lange wollen wir heute noch streamen? Noch, schon doch so ein kleines bisschen, ne? Schon noch, ja. Schon noch so ein kleines bisschen. Also bis um halb neun auf jeden Fall, denke ich mal. Ohne F... Hab ich schon mein Handy hier? Let's look Skywalker. Lebeband. Fuck me. Oh Gott, wir haben ja nichts mehr. Wir haben einen neuen Follower ab. Wie viel Prozent hast du? Florian, wenn ich das gleich richtig gesehen habe. Vielen Dank. Dein Follower. Der Anhänger sieht irgendwie voll aus. Blutverlust. Jawoll. Gehst du hier rum, Nikolas? Möchtest du dich vielleicht ein bisschen fokussieren? Auf deine Arbeit? Oder eher nicht so? Ja, nicht so. Das ist Quatsch. Und Nikolas, nicht bei der Sache. Nee, der nimmt das Ganze hier nicht ernst. Ich glaube, der hältst du dich für ein Spiel hier. Das ist verhindert, Alter. So. Clevertanken.de. Tell me something great. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube auch von Modrosso oder vom forbidden Mods. Eins von beiden. Das sind unsere zwei Hauptquellen für Mods. Weil wir wahrscheinlich da irgendwo dachther gekommen sind. Mhm. Fuck. Dein Fokussieren erfordert mehr Fokussieren. Aus welchem Film kommt das? Karate Kid? Ich meine schon. Komm, Markus, sag mir, dass es Karate geht. Ich muss das jetzt wissen. Ich muss das gleich nachgucken. Muss gleich Afka essen. Ach, uff. Abgelehnt. Läuft. War einer der letzten guten Filme, die er gemacht hat, ne? Der Jackie Chan. 95. Ja, willst du nach der Bahn dann quasi aufhören und ich mach dann alleine erstmal weiter? Ich bin vor der Bahn schon voll jetzt. Ja, egal. Wir machen das jetzt fertig hier. Okay. Lukas, willst du ein bisschen hacken? Äh, Lukas ist nicht da. Äh, Lukas, willst du hackseln? Egal. Dann werde ich abfahren. Bringst du rein? Jo. Du bist gerade bei der BGA angekommen, okay? Hui. Ist aber minimal dreckig, der Herr, der gute Deutz. Muss man mal später sauber machen. Haben wir eine, äh, wie heißt das? Spülgerät? Ja. Kircher. Kircher. Haben wir das auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Map hier drauf? Ja. Wunderbar. Wir haben nur kein Geld dafür, aber prinzipiell sollte das, äh, bald... Hier haben wir schon. ...wurten wir das wieder reinkriegen.